Doch bin mein Weg gegangen. Rock your steak, heute elegant. Kein Stopp, kein Schnapp. Du mir nackt. Regie, deine Mangel nicht. Ich bin bewahrt. Läuft durch die Bank mit den Breaks in der Hand. Doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist Posten, du. Eine spontane Idee unter Jungs. Also herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr seht, dass das Ganze unvorbereitet ist. Aber wir haben gerade diskutiert, wie viele Nuggets wir insgesamt schaffen würden. Also wir sind 1, 2, 3, 4, 5 Personen. Und ich bin der Meinung, wir schaffen über 200 Nuggets. Bruder. Na okay, ja doch, ich bin der Meinung, 200 Nuggets bei 5 Leuten sind drin. Adam ist 50. 50, 60. Und dann teilen wir auf die Mönchlichen diese 140. 70 teilen wir durch 4. Adam müsste auf die 70, 80 Nuggets gehen. 80? 80 muss ich hier schaffen. Bruder. Ich sag's euch ehrlich, er schafft ohne Probleme. Der versteckt die in seinem Backenfach. Die Kalorien hat ein Nugget. 3, 3 mal 80. 240 Kalorien. Okay. Wie viel schaffst du? 20 Max. Das ist diese eine Freundin in der Gruppe, die du nicht brauchst. Ja, Bruder. 20? Ältere ist 20. Ich bin Skinny Bracker, aber ich schaff nicht mehr. Ich versuch, aber ich schaff nicht mehr. Mit Cola schaff ich nicht mehr. Ich überlege jetzt, ob wir diese Challenge eingehen. Vielleicht wird das niemals hochgeladen. Oder vielleicht wird es niemals sehen, weil es einfach so spontan ist. Wir überlegen jetzt und diskutieren jetzt Pro und Contra über dieses Video. Darf ich aber auch Cheeseburger? Guck mal. Ich hab früher mal gekauft Burger, Digga. Nein. Joke. Wir müssen irgendeine Strafe, aber Strafe ist krank. Gibt es einen Teich, wo wir reinspringen können? Sollen wir da machen? Eine aus dem... So, wir müssen es so machen. Oh, fast kaputt. Der wenigstens. Das macht der der meiste hier. Ja, aber Bruder, es geht doch um eine Challenge. Ja, okay, Bruder, aber guck mal. Bei dir ist es offensichtlich... Aber schau mal, das ist die Challenge. Ich hab mich für sowas vorbereitet, Bruder. Dann lass uns vorbereiten, Bruder, wer mehr laufen kann. Ja, können wir das nächste Mal machen. Aber jetzt ist es... Okay, pass auf, ich hab einen Call. Weil wir ja eh gemeinsam schaffen müssen, müssen wir dann auch gemeinsam entscheiden, wer in den Kanal geht. Einer muss tanken. Ja, einer muss tanken von uns. Doch. Doch, das ist geil. Ach, sind nicht dumm. Sollte da. Schau mal, das Problem ist... Egal, was ist, schau mal. Ich muss am meisten essen. Ja, nee, da muss ich doch die Bestrafung machen. Bruder. Eigentlich, wenn man so überlegt, hat er irgendwo die Strafel nicht verdient? Hat er nicht irgendwo die Strafel verdient? Oh my God. Gegen dir sind wir jetzt hier, wo wir sind. Ich erkläre euch einfach, wir haben heute für Elders eine Fußball-Challenge aufgenommen. Wisst ihr, wie die aussieht? Als hätten wir die mit einem Toaster aufgenommen. So an der Bande. Was ja nicht so schlimm ist. Aber, jetzt kommt das Aber. Auf 0,5. Und die Perspektive war so jetzt immer vom Boden. Bruder, es war ein Weitwinkel. Es war wirklich Toaster. Ja, es war wirklich schlecht. Das heißt, wir waren über... Nein, wir waren über eine Stunde in der Halle. Ich habe 90 Euro gezahlt dafür, dass ich ein paar Mal aufs Tor schießen kann, der ab und zu aufs Tor schießen kann. Und dass wir am Ende schlechte Clips haben. Ich sage, 200 ist es. Okay, komm. Ist nicht unbedingt das. Komm, 200 Markets. 200 Markets, 5 Leute. Verlierer muss einer von uns aus der Gruppe, ist heute. Ja, wir können ja erst mal sagen, wie viel würde jeder von sich selber sagen, wie viel schafft. Okay. Ich sage, ich schaffe... Und dann schauen wir im Nachhinein das an und der, der am meisten reingeschissen hat von dem, was er geschafft hat von seinem Ziel. Ja, aber jetzt kann man ja... Aber nein, wir müssen gemeinsam sagen. Ich sage... Weil immerhin erwartet von mir, dass ich 2000 Stück ist, Bruder. Das ist auch... Nein, jetzt fang mal an, was schaffst du? Und hör auf mit 20. Ohne zu lügen. Bruder, wirklich, also ehrlich, maximal 30 Stück. Bruder, ich schaffe nicht mehr. Mit Cola sogar noch. Ja, ohne Cola. Wasser. Ja, Wasser. Äh... Mein Ego sagt mir, dass ich 40 schaff. Irgendwo auch 50. Was redest du? Nein, ich schwöre, nein, komm. Wenn du nicht dieses schnell schnell isst, wie immer, dann schaffst du 50. Nein, ich sage 40. Okay, 70 insgesamt, dann haben wir noch 130 off. Easy. Bruder, das ist einfach... Es geht nicht mehr off the targets, es geht einfach nur noch roast. Easy. Okay. Ja. Echt, aber ehrlich, 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 wie getauschtet das wirklich? Ich sage 50. Nein, Mann, mach dich nicht kleiner, als du frischst. Wau mal. Wieso habe ich das? Das ist... Ey, okay, gut. Weil das ist auseinandergenommen, Ader. Moins. Ja, okay, Zornas. Exakt, ey. Ich habe heute echt... Ich habe heute schon... Ich habe heute nicht mal so viel gegessen. Nur zwei Plätze. Ganz kurz, ich war ein davor, Italian Justice. Trump, ich flext, der? Ja, 50. Bruder, ich kann... Ich schnack jetzt essen, Bruder. 60. Woher habe ich das 60? Das sind 13. Das sind 10 mehr, Bruder. Das sind 3 mal 20. Bruder, hast du dir diese index gemacht? Ach, scheiße. Okay, okay. Wie viel sind das dann? Jetzt sind wir bei. 50, 30, 30, 40, 820. Und noch zwei Leute. Seid 80, dann 40. Ihr müsst beide 40 machen. Ja, 40 schaffe ich auch. Digga, ernst. 40. Ja, 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 ja. Okay, dann wird das YouTube-Video jetzt stattfinden. Die Herausforderung. Wir sind jetzt auf den Entschluss gekommen, dass wir diese Challenge durchziehen. 200 Nuggets ist das Ziel. Wir werden jetzt spontan uns anziehen, ins Auto steigen, zur McDonalds-Farm. Und 200 Chicken Nuggets besorgen. Weil, wenn wir sagen, ich glaube, 200 sind locker machbar, wir brauchen dann Zeit. Eine Stunde? Hätte ich jetzt gesagt. 45 Minuten? Ich hätte halbe Stunde gesagt. Nein, die Stunde ist Adam. Bruder, ich bin wie. Adam ist nicht da und bin. Bruder, ich sag, Adam ist 15. Adam ist 10. 45? 200 Nuggets? Ich muss 40 Minuten. Ich muss 40 Minuten. Ja, Sef. Ja? Das ist eine Halbzeit. So, wir haben uns jetzt ganz spontan auf den Weg gemacht zu McDonalds. Komplett spontan, komplett random. Da ist nichts geplant, da ist nichts vorbereitet. Das ist einfach purer Content mit den Jungs. Ja, mit den Brays und wir sind Dullis noch dazu, so gesagt. Ja, ja, ja. Schmeckst du auf? Ja, 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 ja. Ich mach auf, mach auf. Ich geh raus, ich geh raus. Ich geh raus. So, ey, wir sind jetzt bei McDonalds angekommen. Was man halt auch sagen muss, was mir halt so eingefallen ist, wir sind halt auch so ein random Squad. Wir haben halt so ein Icon-Spieler, der Rest ist so Gold-Silber-Spieler. Ich sag, mit dem richtigen Squad wären das keine 200 Nuggets, sondern so 500, 600. Zum Beispiel mit Abu, Roat, Adam. Adam ist dabei, Bruder. Adam ist dabei. Warte, sag mal noch zwei. Abu, Roat, Adam. Wer wiegt noch ein bisschen mehr? Kato? 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 Weil Kato könnte gar nicht mehr. Kato. Und? Fixane Fabo. Ja. Die fünf? Miki, Danny. Miki, Danny, Digga. Ich sag, die hätten die 600 ohne Probleme gepackt. 1K fast. Das ist jetzt 1K. Mit ein kranker Titel. Schwerper, so geil. Wir gehen jetzt rein. Wir sehen uns innen. So, bei allem, die wir genannt haben. Wir haben Sydney ein bisschen vergessen. Und, wir haben ihn auch. Muschi. Oh mein Gott. Wir haben Muschi vergessen. Können wir dich mal spontan anrufen und fragen, was wir, glaube ich, wie wir schaffen? Ja, ja. Frag einfach so random. Wir diskutieren gerade immer noch, ob 200 zu wenig sind. Zu einfach. Digga, aber wollen wir auch mal, Brust sagt, du isst 30, ne? Ja. Schau mal, das ist aber auch wieder respektlos. Es heißt Challenge. Und Bruder, die verkaufen das. 20 Stück. Und du machst es als Challenge, dass du 10 Stück mehr isst. Okay, Bruder, wie viel Kilo wie ist? Bruder, es gibt auch, also es gibt sehr viele Menschen, die so viel wie du, aber Bruder, die werden als 20er verkauft. Also es sind normale Menschen, die es sind 20 Stück. Ja, Bruder, nicht. Erwachsene, ausgewachsene, normale Menschen können schon 20 Nuggets essen. Ja, können auf jeden Fall. Und seine Challenge sind 30. Das ist crazy. Bruder, ob ich jetzt, oder 30 oder 40, Bruder, ist jetzt auch nicht so ein großer Unterschied. Dann sag doch 40. Ja, kann doch sein, dass sie vielleicht 40 sind. Will ja zum Beispiel 40, Bruder. Ja, Bruder, das heißt, das heißt ja. Was willst du von mir? Ey, ich hab zum Beispiel gedacht, komm, komm. Okay, wie viel wiegest du? Warte, warte, was, was? 65 Kilo. 65. Warte, warte, was? Was hast du vor mir gedacht? Ich hätte gedacht, also zum Beispiel auch, du kannst Safe-Mare tanken. Nein! Wir können ja so machen, Körpergewicht gefällt euch zwei. Musst du essen? Ja. Nein! Nein! Aber ey, eigentlich die Frage wird auch 400 auf. So Leute, wir essen jetzt 340. Nein, aber sag mal, jetzt ehrliche Einschätzung, du sagst 200 zu wenig? Ich sage 200, kann man schaffen, ich kann den halt nicht einschätzen und so. Ich sag wirklich, wir teilen noch Handels Herz. Ich sag, er, wenn er voll ist, sagt er ja, ich kann nicht mehr. So, der wird nicht an sein Limit gehen. Doch, ja. Ich sag, Limit wirst du nicht überschreiten. Ich sag, Willi, er wird schon gut reinpumpen, er wird sich nicht überfressen, aber er verträgt schon viel. Ich sag, du, ich glaub, du wirst auch gut reinhauen. Also ich sag, du wirst auch über deinen Hunger essen und ich sag, er wird auch irgendwann einfach sagen, ja, ich bin voll, ich esse einfach nicht mehr. Nein, nein. Und dann kommt der Krieger. Und dann kommt der Krieger. Ja, jetzt kommt's wieder, jetzt kommt's wieder. Wir beide, wir beide. Ich werd so lang essen, bis es mir schlecht geht. Und wenn es schlecht geht, werd ich nochmal 5, 6 essen und dann werde ich auch. Ja. Also sollen wir noch welche drauf bestellen? Ja, Jungs, bitte. Boah, die Brunner hat die Beleidigung. Okay. Komm, machen. Okay, lass nochmal 50 drauf machen. Wir bestellen jetzt nochmal 50. Wir bestellen jetzt nochmal 50. Wir bestellen jetzt nochmal 50. Ja, mach der. Nee, das Ziel, wir haben aufgestockt auf 250 Nuggets. Und das Ziel ist es, 250 Nuggets zu essen. Genau. Weil wir der Meinung waren, es waren zu wenig. In 45 Minuten. Die A's haben die Nuggets. Okay. Ja. Wir stocken auf. Das ist crazy jetzt. Okay. Wir stocken auf. Auf 300. Willkommen im Backdown. Jetzt was darf ich hier umstellen? Hallo. Ähm, ich würd gerne 5 mal 20er Chicken Nuggets. Oder beziehungsweise das Vlog-Handy ist ausgegangen. Deswegen gab's jetzt einen Kameraswitch. Nicht, dass die Leute denken, die faken. Äh, das waren 300 Nuggets. Äh, das war's, ja. Und machen Sie süß-sauer-chili und ähm... Sour Cream. Sour Cream. Ketchup einmal. Ketchup. Man sieht die gleich auf Rechnung. Ja, ja. Alles? Ja, ja, das war's. Danke. Wir hätten direkt von Anfang an mehr bestellen sollen, oder? Ja. So ist cool. Wir sind zu 100 und dann haben wir noch mal erhöht auf 300. Boah, was eine Challenge. Mann. Kann sein, ich werd so... Ich werde so... Die sollen Wasser holen bei der Tankstelle, oder? Ja, okay. Ich werd 300 früh, Bruder, so ein Nugget einmal fetzen. Einen kalten noch. Ich glaub, ich werd so fett kacken. Aber ich werd, ich sag im Vorhinein, ich werd probieren. Aber ich bin... Aber jetzt ist Realtalk 300 Stück, ne? Ja. Ja. Okay. Ich hab eh morgen frei und heute oder morgen hätte ich eh gecheatet. Aber ich werde trotzdem nicht bis... Also ich werd essen, ich werd gut tanken, ich werd ne Bereitschaft sein. Aber überleg mal 300 Nuggets. Das ist schon verrückt. In 45 Minuten. Aber wir nehmen die Herausforderung an. Auf die weiteren 50... Ne. 100. Fünf Mal... 20er Nuggets. Sind 100 Stück. 100 Stück. Insgesamt 300 Nuggets. 45 Minuten. Fünf Männer mit einem Traum. Ich sag zu 100%, ich werde diesen Hot Soul Chip nicht tanken. Ich werde ihn auch nicht tanken. 100%. Also, wenn wir abstimmen, für wen bist du, Heldos? Ey, schau mal, das wird wieder lustig fürs Video. Wir sorgen dafür, dass Metin den lässt. Oh mein Gott, ja, wir voten für Metin. Ja, wir voten. Wir lassen voten. Ich hab so viel Strafe gemacht oder so. Ich hab Sockenwasser getrunken. Hast du recht? Ey, Bruder. Ja, ich glaub, bei Metin ist es viel krasser. Und wir machen diese schlechte Gewissen. So, Bruder, guck mal, Willi gibt zu viel Geld aus. Ja. Und dann... Weil guck, die werden wahrscheinlich eh Adam wählen. Und wir drei wollen Metin. Und vor allem, ich kann dann noch sagen, Junge, ich hab letztes Mal auch Sockenwasser getrunken. Ja. Okay. Und dann sag ich noch so, dieses Freundschaft und so. Und wir machen und heizen uns gegenseitig nochmal so ein bisschen an. Wisst ihr so? Und dann alles... So, das sind jetzt die 300... Ah, wartet mal. Das sind die 300 Nuggets. Hier wird nebenbei... Hinter den Kulissen wird gearbeitet. Mein Ton, Mann. Du bist so gar nicht mein Ton, Mann. Gar nicht, Bruder. Diese Ding. Wir werden die Keylights aufstellen und so, dass wir das hier am Ende aufnehmen können. Und die optimale... Oh, shit. Das wird so ein Krampf. Das nächste Problem ist, ich bin so ein schlechter Streamer, ich hab ja kein Stativ. Das heißt, einer muss immer so... Mobil. Ja, mobil. Die ganze Zeit. Aber weißt du, bei wem? Bei Adam die ganze Zeit. Er wird sonst rasieren. Er wird sonst rasieren. Ich hab unterschrieben. Gottlos, wa? So, wir haben jetzt hier die zwei Tüten mit den Nuggets, dass wir immer so vier Boxen ausstellen. Und diese vier Boxen werden dann immer ersetzt, wenn sie leer sind. Dass wir dann am Ende so eine Übersicht haben. Nicht, dass wir jede Box anfressen, weil dann ist es schwer. Wir legen vier Boxen raus. Wir fangen jetzt einfach mit den ersten vier an. Wenn die weg sind, kommen wir dann zum Cut im Video. Haben dann insgesamt schon mal 60 von 300 und können wieder so quasi Neuanfang starten. Ich werde euch jetzt auch noch ein paar ganz kurze Kandidaten vorstellen, dass ihr nochmal einen Überblick habt. Wenn ihr das Video bis jetzt gefeiert habt, abonnieren, liken, kommentieren. Folgt auf Snapchat, da gibt es immer ganz verrückte Einblicke. Wir haben ja auch auf Snapchat folgen. Aber nur Moses. Ich. Sarténat. Ja. Ich sage, verrückter Call. Sweet Chili, die beste Soße bei McDonalds. Viel besser als süß-sauer. Soll ich jetzt mal Call geben? Sweet Chili mit Sour Cream mischen. Geist krank lecker. Voilà. Ich bin jetzt schon satt. Du hast dich maßlos überschätzt. Ach nee. Ich habe maßlos überschätzt. Und sage jetzt, ohne dass das Video lange läuft, ihr kriegt einen Zeitraffer so reingemacht, dass ich es angefangen habe, weil es schon zu Ende ist. Ja. Bruder, ist das so? Mann, du? Oder leg... Warte. Leg diesen Sideschip schon hier. Warte. Ich lege den zu als Bestrafung. Nein. War kein Witz. Bruder, ist auch ein Challenge. Für dich selber. Ja. Du mit dir. Du mit dir. Du mit dir, Bro. Sag jetzt Arda in die Kamera. Arda. Du mit dir. Du mit dir. Du hast dich motiviert. Das ist immer so, Liga. Wenn man Hunger hat, man denkt so, ja, Bruder, ich schaff locker. Wir schaffen über 200 Nuggets. Ich bin nicht konzentriert, ne? Ich kann gar nicht so regelmäßig. Ich habe gedacht, es wird richtig geil. Ja. Der erste war geil. Der zweite war auch noch geil. Dann wird es aber okay. Ich bin satt. Du hast dich meine Box fertig. Ja, aber genau, wenn ich sagen würde, ich habe krass Hunger, gehe ich zu McDonalds, hol diese 20er Target Box und dann. Und so, und jetzt kämpf, also ich bin kämpfen. Ich habe in 5 Minuten diese 20er Markets verkauft. Ich bin jetzt schon erfeuert. Ich schwöre, das muss das auch sein. Das waren 5 Minuten. Egal was ich mache, ich mache es falsch. Ich mache an zu essen, ich mache diese Fließbandarbeit. Ohhhh. Ich sage, ich kann nicht mehr. Ohhhh. Ich kann das nicht richtig machen. Ja, du ahmer, Digga. Aber man muss Berkant appreciaten. Gib mir mal jetzt noch so ein 20er. Er fertig ohne Reden, aber. Ich will ja nicht, ich mache. Ja. Sollen wir Dings, äh, Schichtwechsel mit dir? Nein, alles gut. Mach. Was willst du von mir? Wie kann man von einer Box satt werden? Ich weiß nicht, ob das da draußen jemand fühlt, aber... Boah. Aber kann auch sein, Gegner das bisschen saucen? Weiß ich nicht. Weißt du, was das Ding ist? Und unsere Schrappkette. Ja. Das Ganze müsst ihr euch wirklich so vorstellen. Das war spontan, nicht durchgeplant. Ich saß einfach unten in mein Stühlenzimmer. Mit elders. Wir haben gerade was aufgenommen. So. Und auf einmal sage ich so, boah, was halt jetzt zu dem YouTube-Video. Ja, ess du mal, Bruder. Ich will jetzt gar nicht. Das ist noch ein bisschen zu essen. Ja. Keep going, guys. Who wants to smoke? Bruder, du bist der... Du bist mit der, auf dem keiner irgendwie Hoffnung hat. Ich bin auf der Steps, Bruder. Ein richtig unprofessionelles Video immer wieder. Von meiner Seite. Yes. Wenn ihr das cool findet, gebt mir immer gerne Feedback in den Kommentaren. Ist mir sehr wichtig. Ich lese auch die Kommentare deswegen. Komm mal rein da. Ey, ein kurzes Update. Wir haben jetzt ein, zwanzig, vierzig, sechzig... Äh, achtunds. Ach, achtund. Ach, achtund. Der sagt, du hast gesagt, du isst locker fünfzig, sechzig. Ich bin am Ende. Bruder, du bist hier. Ich warte die ganze Zeit kurz. Der verwandelt sich. Ich weiß nicht, ob es sein Mund ist oder sein Bauch. Alter, Bruder. Alter, geht los. Er macht die Vulkan. Einfach Vulkan. Das macht Dings... Platz frei mit Bruder. Dann wollen die Essen nicht mit den Kämpfen mehr. Okay, glaub ich noch. Soll ich noch zählen. Eino. Allianz, ich kenn ihn doch schon. Ey, das mit diesen lockeren zwanzig. Aber ich sag ehrlich, du hast gemacht. Okay, wir haben zwanzig, vierzig, sechzig, achtzig. Ws. Noch. Ich hab Tränen in den Augen, weil ich gerade so gelacht habe. Noch 220. Oh mein Gott. Ich dachte, die sind immer noch 200. Für die Leute, die das sehen. Die Nuggets werden im Nachhinein nicht weggeschmissen. Keine Sorge. Wir werden noch Adam seine Jungs ausstatten. In einem Restaurant, wo die gerade sitzen und dampfen. Die restlichen Nuggets werden wir vorbeibringen an andere Jungs. Die anderen Jungs, wo die gerade sitzen. Die machen das, was die Teasys immer in ihrer Weekend-League machen. Deswegen, falls einer irgendwie Befürchtungen hat, keine Sorge. Das Essen wird nicht weggeschmissen. Danke. Also, wir kommen zum Fazit. Zwanzig, vierzig, sechzig. Also, da sind noch drei komplette Volle mit jeweils zwanzig. Das heißt, wir sind sechzig. Hier haben wir eine volle. Das heißt, wir sind bei achtzig. Und hier haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 88 Montana Black. Das heißt, wir haben 212 Nuggets gegessen. Das ist stark. Also, das war das Maximum. Das war nicht dieses, schaffen wir locker. Sondern das war so... So, bitte schreibt jeder jetzt einen Namen auf, so dass es der jeweilige andere nicht sieht. Ich sag, den kannst du... Ich glaube, man kann den eh nicht schlucken. Weil ich hab das bei Hamid beispielsweise gesehen. Im Livestream. Keine Chance. Deswegen, probier dein Glück. Ich hab das für den Glück. Was ist das? Das war's dann an der Stelle, Freunde der Sonne, ihr habt gerade noch die Bestrafung gesehen von Metin, er hat's getankt werden, Mann, hier seht ihr nochmal, den, boah, krass, boah, ja, wie gesagt, das war die Bestrafung von dem Ganzen, ich hoffe, das YouTube-Video hat euch gefallen, wenn ja, lasst gerne ein Like da, kommentiert und abonniert diesen Kanal, checkt die ganzen anderen Jungs ab, checkt Eldon ab, der extra aus wiegen gekommen ist, checkt Adam, checkt Beckham, checkt Metin ab, Metin stark gemacht, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen guten Morgen und würde an der Stelle sagen, es geht!